Hallo, ich heiße Melanie. Ich habe braune Haare und ich habe grüne Augen. Ich habe die Sommerbrüse. Ich bin 1,60 Meter und 60 Zentimeter hoch. Meine Familie besteht aus zwei Eltern und drei Schwester. Ein Schwester und ein Kleidbruder und mich. Meine Mutter heißt Pia und mein Vater heißt John. Meine Schwester heißt Claudia und mein Kleidbruder heißt Joshua. Meine Terrasse. Ich gehe noch tanzen und da ist richtig Freundin. Da ist unten auch Wir-See-Tanzstudio und da ist da ein richtig typischer Tanzlehrer. Ich kann gut leiden zu singen. Ich singe oft zu Hause, bis oder in das passt. Ich kann auch gut leiden zu sehen, das YouTube-Video und sein Kreativite. Das ist richtig gemütlich. Mein Lieblingsding. Book. Christinislats erste Book. Film Papertowns. Es sind Pankupen. Terror, Giraffen, Weißteiger und Dalfin. Stark und Schwarzseiten. Ich bin sehr nervös über, wo sie trafen, junge Menschen und ist auch hinweg zu zählen. Einmal stark. Ich bin gut zu sprechen mit Menschen und nur sein zusammen mit sie. Was ist gut gelacht?